Ich bin als Schüler auf den Job gekommen, habe mich damals gemeinsam mit einem Freund von mir beworben für so eine Werbekampagne beim Roten Kreuz und wir sind damals gemeinsam für einige Wochen nach Bayern gefahren und waren dann dort in einem Werbeteam unterwegs. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie Mitarbeiter suchen, bin dann zu einem Informationstermin gegangen und habe dann gleich nach den ersten Minuten gemerkt, okay, das ist ein junges Unternehmen, die suchen so junge, motivierte Leute, wie ich es bin und es hat von Anfang an eigentlich gepasst und dann habe ich auch angefangen bei der Firma Kober. Was mir sehr viel Freude bereitet hat, im Team zu arbeiten, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ich habe auch etwas weitergebracht in diesem Thema und da habe ich gedacht, da wäre etwas zu verbessern, wenn man etwas anders gestaltet, transparenter macht, könnte man eigentlich an dem Thema weiterarbeiten. Das Besondere sind sicher die Leute in der Firma Kober, also unsere Mitarbeiter, die Studentinnen und Studenten sprechen meistens von der Kober Family oder Kober Community. Es sind viele Leute, junge Leute da, es ist sehr viel Abwechslung da, es ist ein innovativer Arbeitgeber. Zu wissen, dass man auch etwas Positives bewegen kann und zusätzlich vielleicht noch etwas lukrieren kann. Das hat mich im Prinzip dazu bewogen, in diesem Thema weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank.